Zentimeter. Hier kommt der Chef. Hier kommt der Chef von TIPA. Hey, wo war denn der schöne Wetter raus? Ralf. Ralf. Dein Bruder hat gesagt, strahl den Sonnenschein. Hört los. Sei Jesus Christus. Was ist das? In Ewigkeit. Amen. Amen. Da ist das. Nur das Gute. Ach so. Jetzt will ich dir noch einmal Küsse geben. Komm. Küsstchen. Ein Küsstchen. Aaaaaah. Zu spät. Ja, zu langsam.